Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Grunde Gravit Team mit Spasti. Hi. Er reagiert noch. Es wird dir und er ist wieder dumm. Heute erstes Video 2019 nach fast einem Monat. Ich bin super regelmäßige Videos produzieren. Nein, nein, alles gut. Es war keine Ahnung, die Motivation fehlte. Dieser Typ wollte zu viel von mir. Ey, wir haben zwei perfekte Spiele durchgesuchtet. Ja, okay. Wir haben... Ey, ehemals ist das hessige Wasserloch woanders. Jetzt wisst ihr, warum ich mit dem Jörg auflebe. Immer als diese Periodenloch woanders. Das... Ach Gott. Auf jeden Fall, wir haben... Ey, meine Reichweite ist doch so hässlich eingestellt. Warum mit aus zwölf Stocks Chunks, ey, 32 mal hier. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Ähm, ja, wir haben Dead by Daylight und... The Forest. The Forest in letzter Zeit gespielt. Die Spiele kosten zwar, naja, je nachdem, wie es ging gerade in Laune. Ja, die Spiele kosten gerade nicht viel. Ach, was ich sagen. Momentan. Also, Forest kostet allgemein so um die 17 Euro. Mhm. Außer bei, da habt ihr jetzt, äh, z.B. Black Friday oder so. Ja. Und, äh, Dead by Daylight ist mal so, mal so wieder... Genau. Falls ihr dazu Videos sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Bei 5 Likes. Bei einer Milliarde Likes spielen wir das mal safe. Ja, ähm... Auf jeden Fall, ich bin... 35 machen wir das dann. Auf jeden Fall, ich bin... Dritter. Ich bin grad mal bei Map 5 oder so. Ne, Map 3 oder 2. Weil die erste... Map keinen Bock hat. Mein Rüppler hat nach Schokoeil geschminkt. petit, bis 15 j engines. Mitt von Alexander, Bis zum nächsten Mal. jetzt so ich bin sechster nein du warst der letzte trotz der messer noch fünf in der runde sonst am ende gewartet so jetzt sind wir in der zweiten runde schaffe ich das schaffe ich du bist der mann ich bin der der dich ertragen muss mich ertragen ist doch vielleicht also ab und zu sind zwar paar beleidigungen paar mal so zwischendrin paar tausend wo ist das loch was ich treffen muss oder wir spielen zu wenig mein kopf jemand kann das auch sein bessere spiele momentan in is the life of the chief ich klatsche ganz so auf ihr als wenn ich über den stein schalte platz ganze speck auf dem boden auch gott die heißt ob lief dort du it on me ja ich tue es nicht auf die ich das neben dir ja es sind möglich hat ein über habt ihr die mehr geworden auch komm schon womit habe ich das verdient ich bin doch schon krank im kopf und körperlich warum denn im kopf ja fragt doch mal deine ja das kannst du ausschalten ey solange kein microsoft mehr gespielt ah vielleicht auch dann klatsch ich auf diesem einen pixel auf dann fragen mich Leute warum spielst du denn kein microsoft mehr ja weil wir diese eine pixel mein ganzes Leben verstören die werden sie weiter ab ja weiter ähm 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 und war da noch was drinne nein schade okay ich hab heute rio geschaut also rio 2 mhm weil ich einen vogelnamen brauchte und äh immer noch brauch und ähm dann ist mir aufgefallen dass rio hat dieses eine mädchen auf diesen blauen vogel adoptiert ne mhm Und sie hat die selbe Synchronsprächerin wie ein Mädchen aus einer meiner Lieblingsserien. Ah, okay. Denk ich mir nur so, what the fuck? Meine Serie ist trotzdem besser. ASMR Wassergeräusch. Das ist stilles Wasser. Und das ist Sprudelwasser. Warum lag das bei mir jetzt grad so? Fix geboten, Alter. Mein ASMR ist zu gut. Hier dachte sich der Map-Besteller auch vielleicht, dass mal ne Frau mit Periode bei den Maps laufen. Überall ist bisschen rot. Mindestens einmal. Zweimal sogar. Ne, einmal. Geul. Periodentag. Dachtest du, okay, du hast die Periode. Ja, Steven hat auch jede Woche so eine Periode. Ne, also ich hab durch hier meine Periode, also vom Verhalten her. Ich lose jetzt nicht aus meinem Geschlecht, aber vom Verhalten her. Und so ein bisschen, ja, like, like Periode. Steven, fünf Minuten sind wie ein springender Fisch auf nem Land. Alle fünf Minuten sind nur durchgehend. Nur, wenn Steven mal wirklich verrückt drauf ist, sieht er aus wie ein Fisch, der grade auf dem Land gestrandet ist. So wie er rumspringt einfach so, auf dem Boden. Oh Gott. Bereit? Benja, hast du noch den Piepton? Ja. Okay. Jo. Ich begehe Selbstmord. Soll ich sagen, warum? Ich bin an diesen Slime-Dingern, womit man nach ganz unten kommt, ein Block weiter gesprungen. Also nicht... Ich bin immer noch bei Map 1. Sag mir nicht, du bist Map 2. Nein. Ich doch nicht. Okay, du bist doch auf Map 1. Nein, ich bin bei Map 2. Aber verkackt. Wer bist du? Einmal prahle ich, und dann mach's plupsch. Wer bist du? Der Hans-Jürgen, Göden, Peter. Liebe Grüße gehen raus. Nein, Spaß. Okay, ich bin jetzt Map 3. Ich hab Map 2 für das Try gemacht. Map 3 für das Try. Ich hätt's auch gemacht, wär ich nicht gegen... wär ich nicht gestorben. Also wär ich nicht gestorben, wär ich noch am Leben. Ach, echt? I don't think so. First Try. Ich... Welche Map... Pfff... Da hinten ist es total... Da läuft... Da läuft ein... Etwas... Da läuft ein Schlumpf. Ein Schlumpf. Och ne, ich hasse diese Map, ne. Das ist so die asozialste... Kack-Map der Welt. Und ich schaffe sie natürlich. Nein! Nein! Oh Gott, ich hab dich auch lieb. Ne, das... Passt dir. Oh Gott, ich würd dann auch sagen, wir lassen Jiva mal seine Wut ausbrüche und beenden hier das Video. Ich wünsch euch noch einen schönen Tag. Lasst jetzt etwas Positives da. Schaut auf jeden Fall bei Jiva vorbei, wenn ihr noch mehr Beleidigungen sehen wollt. Und schreibt eure Lieblings-Eis noch in die Kommentare. Tschüss! Schau pl. Schau pl. Chau pl. Picturesen ein... Schau pl. von Friends profitieren... Willkommen speziell nicht ein... Book öbнич entender. Trock Ich Teih! Kau vom. D Assistenz-D christ.